Guten Morgen alle miteinander! Ja, gerade gefrühstückt, tief und fest genächtigt, nachdem wir gestern ein paar Bierchen getrunken hatten, zusammen mit alle Mähnen. Und begrüßen euch jetzt hier von unserer Fähre in der Magdalienfahrt in Friedrichshafen in Dänemark. Was stimmt das überhaupt? Friedrichshafen. Friedrichshafen, sag ich ja. Gefrühstückt, ich glaube sogar Lachs, der GALACHS. Aber man sieht nichts außer eine Krietsch und eine Uschi. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Oh doch, da ist ein LKW. Was? Ja, das heißt, wir sind im Landeanflug. Sie müssen auch in 10 Minuten von Bord. Rasmus! Was ist denn Rasmus? Ja, ist alles geregelt. Wir müssen euch leider mitteilen, heute wird es ziemlich voll. Man rechnet mit ca. 1000 bis 1200 Gästen. Also, wird geil. Freut euch! Wasser ist auch... Okay, und für die Weiche, das Wasser im Wasserpark ist natürlich geheizt. Ja, auf 20 Grad schon. Voll warm. Waters erst ab Campion! Karim! Jawohl! Ah! Ja! Wuuuuh! Aaaaaaah! Hahaha! Wuuuuh! Wuuuh! Wuuuh! Eeeee! Wuuuh! 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 Hahaha! Wir kommen hier nicht mehr raus! Nee! Ich denk fest! Du Schei! Ihr müsst alle gleich... Kipp doch rein! Das geht zu wieder! Oh, die Nudeln! Das sieht gut aus! Oh nein! Oh nein! Wuuuh! Bis zum! Bis zum! Bis zum! Oh nein! Aaaaaaahhh! Hahahahaha! Aaaaaahhh! Aaaaaaah! Ahh! Aaaaaah! Hahaha! Ihr seht, man hat Müll in Vorruhe. Du kannst hinfahren in Watt für ein Land, du weißt jetzt. Überall Menschen, die man kennt. So ein Scheißer raus. Ja klar. Aber jetzt ist das eh egal. So, nach unserem sehr geilen Audio-Can-Eat-Buffet mit Pasta und Pizza, waren wir hier in dem ultrageilen Wasserpark. Die Wildwasserrutsche, übertrieben witzig, super cool. Haben auch noch hier vorher ein paar Leute getroffen, habt ihr ja gesehen gerade. Wusste nicht erzählen. Und jetzt geht's zum nächsten Hotel und danach geht's in den nächsten Freizeitpark für heute. Mückenstiche. So viele Mückenstiche. Nee. Nee. Press den Kopf an die Seite an. Einfach die ganze Zeit an. Dann ist wir in Ordnung. Hallo, rinke Pause. Ich bin der Führer. Ja. Alter. Jetzt ist es soweit. Sicher ist das, aber nee, nee. Das ist absolut der Shit. Ja gut oder schlecht? Auf jeden Fall mega geil. Das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Das ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Oh, wie dumm. Dass sie so behindert. Was machst du auf der Straße? Was? Gehört von Break Inventionen? Das ist eiskalt. Das ist eiskalt. Das ist okay. Eiskalt und Party-Mucke. Das ist eiskalt. 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 Das ist eiskalt.